Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe On One Foot Raw 2021. Heute möchte ich dir das HDR-Tool zeigen. Und zwar möchte ich dir zeigen, wo du es findest, wie es funktioniert und was es für Optionen in diesem Tool gibt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen und hoffe, es sind wieder einige neue Informationen für dich mit dabei. An dieser Stelle habe ich schon mal eine Bilderserie herausgesucht und markiert. Zu erkennen ist das daran, dass hier eine orangene Markierung und zwei weiße Markierungen um die Bilder herum vorhanden sind. Diese drei Bilder werde ich jetzt gleich in das HDR-Tool von Photo Raw 2021 hineinladen. HDR-Bilder bestehen ja normalerweise aus überbelichteten, unterbelichteten und normalbelichteten Bildern. In der Regel sind das 3, 5, 7, 9, 12, 15 verschiedene Bilder. Man kann das Ganze aber auch auf drei Bilder reduzieren, das habe ich in dem Fall gemacht. Ich habe ein überbelichtetes Bild, das ist orange hier markiert. Ich habe ein normalbelichtetes Bild, das ist dieses Bild hier. Und ich habe ein deutlich unterbelichtetes Bild, das ist das dritte Bild. Am Ende wird das Ganze in dem Tool zusammengefügt und wir bekommen dadurch ein High Dynamic Range Bild, also ein Bild mit einem sehr hohen Dynamikumfang. Das werde ich jetzt tun. Dieses HDR-Tool befindet sich genau da, wo sich auch schon das Panorama-Tool befunden hat. Also, hier haben wir die Möglichkeit, HDR auszuwählen. Hier oben drüber war das Panorama-Modul. Ich klicke jetzt einmal hier drauf, die drei Bilder sind ausgewählt und jetzt lädt er das hier rein. Du siehst, zusammenführen, Lade von Bildern, 50% ist abgeschlossen. Jetzt führt er das zusammen und jetzt haben wir hier auch wieder einen größeren Screen und den werden wir uns jetzt zusammen mal anschauen. Das Erste, was hier auffällt, ist, wer das Video zum Panorama-Tool gesehen hat. Wir haben hier im HDR-Modus deutlich mehr Möglichkeiten, nochmal in das Bild einzugreifen. Als erstes haben wir hier unten mal die drei Bilder, die uns jetzt hier zur Verfügung stehen. Das sind die drei Bilder, die ich eben hier reingeladen habe. Das hier ist das korrekt belichtete Bild. Das nimmt er jetzt auch als Ausgangsmaterial, um dann das unterbelichtete und das überbelichtete Bild zusammenzurechnen mit dem korrekt belichteten Bild. Ich kann ihm aber auch manuell vorgeben, dass er dieses Bild hier als das korrekt belichtete Bild ansehen soll. Dafür klicke ich auf das Bild und muss dann hier oben diesen kleinen Kreis einmal aktivieren. Da wird jetzt so ein kleines Blenden-Symbol angezeigt. Jetzt ist für das Programm, das hier das korrekt belichtete Bild, ihr seht auch, hier steht jetzt eine Belichtung von 0,0. Also es ist die Belichtungsstufe 0,0. Es ist nicht überbelichtet, nicht unterbelichtet, sondern korrekt belichtet. Dann haben wir hier das eigentlich korrekt belichtete Bild. Das ist jetzt laut dem Programm 1,3 Blendenstufen überbelichtet und das hier gleich 3,3 Blendenstufen. Das nur mal, um zu zeigen, dass man hier auch manuell nochmal nachsteuern kann. Ich werde jetzt natürlich wieder das korrekt belichtete Bild auswählen und dann gehen wir auch hier gleich in den nächsten Bereich. Und zwar haben wir hier Deghosting. Deghosting, das können wir uns anzeigen lassen, wenn ich hier einmal diesen Kreis aktiviere. Alles, was jetzt hier rot eingemalt ist, das ist von diesem Deghosting betroffen. Das bedeutet, da waren Bewegungen, als die Aufnahmen gemacht worden sind, die waren nicht deckungsgleich mit den drei Bildern. Da ist ein Bild, wo vielleicht, ich sag jetzt mal, die Wolke hier oben einen Ticken nach links war und beim nächsten war sie einen Ticken nach rechts. Und das Programm versucht das Ganze jetzt so zu berechnen, dass das auch vernünftig aussieht. Das funktioniert leider nicht immer. An dem Tag war es sehr windig. Ich habe noch andere Belichtungsreihen gemacht. Da war deutlich mehr Windbewegung in den Blättern oder in den ganzen Pflanzen. Und da sieht man deutlich, da hat das Programm das nicht wegrechnen können. Ja, ich habe hier die Möglichkeit aus mehreren Möglichkeiten auszuwählen. Also ich kann das Ganze ausstellen. Ich kann sagen, er soll niedriges Deghosting betreiben, er soll mittleres Deghosting betreiben. Hohes Deghosting ist eingestellt. Oder ich kann auch sehr hohes Deghosting auswählen. Er hat jetzt von sich aus hohes Deghosting ausgewählt. Das lassen wir auch einfach mal so stehen. Dann habe ich hier die Möglichkeit Standard Look auszuwählen. Auch hier wieder verschiedene Möglichkeiten. Ich kann sagen, natürlich, das ist von Haus aus eingestellt. Ich kann aber auch sagen, er soll schon eine Anpassung durchführen. Jetzt habt ihr gesehen, hier drüben haben sich die Regler bewegt. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ich kann das Ganze aber auch surreal gestalten. Dann sieht das so aus. Gefällt mir auch ganz gut. Oder ich kann das Ganze hier surreal automatisch anpassen. Dann hält er das Bild wieder ein bisschen auf. Man sieht hier deutlich, dass wir sehr, sehr wenig Schatten haben. Aufgrund dessen, dass wir halt so viele Informationen in diesen drei Bildern haben, dass er das so aufhellen konnte. Ich würde an dieser Stelle allerdings sagen, wir lassen das Ganze mal hier auf natürlich stehen. Denn wir wollen ja das Ganze im Entwickeln Modul dann bearbeiten. Ja, hier habe ich noch die Möglichkeit auszurichten, ein- und auszuschalten. Standardmäßig ist das eingeschaltet. Und hier neben kann ich jetzt auswählen, in welchem Tool er das danach öffnen soll. Heißt also, ich möchte das Ganze im Entwickeln Tool hier gleich haben. Das ist auch eingestellt. Ich kann aber auch sagen, er soll mir gleich in die Effekte gehen. Das kann man machen, wenn man jetzt hier auf natürlich automatisch geht. Dann hat man ja die Entwicklung schon gemacht. Beziehungsweise dann hat das Programm die Entwicklung gemacht. Dann kann man hier zum Beispiel in die Effekte gehen. oder man sagt, zurück in die Bibliothek. Das sind die Möglichkeiten, die ich hier zur Auswahl habe. Daneben sehen wir noch, dass er die drei von drei Bildern ausgewählt hat. Man kann natürlich hier auch, wenn man, ich sage jetzt mal, 5, 7, 9, 12, 15, wie viele Bilder auch immer man hier reinlädt, kann es auch schon mal vorkommen, dass er dann zum Beispiel nur sagt, es sind nur fünf von sieben Bildern. Das liegt vielleicht daran, dass wir zweimal eine Überbelichtung mit zwei Blendenstufen durchgeführt haben. Dann sagt er, warum soll ich das Bild zweimal nutzen? Also so clever ist er, dass er sagt, okay, wenn ich zweimal dieselbe Belichtungsstufe habe, kann ich eins von den Bildern mir schenken. Auf der rechten Seite sehen wir jetzt, haben wir die Möglichkeit, hier auch schon eine Anpassung durchzuführen. Ich muss sagen, ich habe es lieber etwas größer, dass ich hier auch ein bisschen besser sehe, was ich mache. Deshalb werde ich das Ganze hier nicht anpassen, sondern dann gleich im Entwickeln-Modul. Du siehst aber, du kannst hier oben Ton und Farbe auswählen. Du kannst aber auch hier in den HDR-Look, also in den Effekt schon mal wechseln und kannst ihm hier vorgeben, er soll einen von diesen Filtern hier anwenden oder einen von diesen Stilen besser gesagt. Wollen wir alles gar nicht, wir werden das Ganze jetzt hier einmal speichern und jetzt wird er das Bild dann in das Entwickeln-Modul rüberschieben. Also erstmal speichern und dann ins Entwickeln-Modul. Das ging jetzt verhältnismäßig schnell oder flott, muss ich sagen. Von daher, ich denke, drei Bilder so verarbeiten. Da on One Photo Raw 2021 ja sowieso das Schnellste der Programme gewesen ist, was im Export unterwegs ist, hätte es mich gewundert, wenn das jetzt ewig lange gedauert hätte. Und jetzt hier im Entwickeln-Modul angekommen, kann ich natürlich hergehen und kann meine Anpassung durchführen. Ich kann das Ganze natürlich auch hier erstmal über die AI-Auto laufen lassen. Dann passt er das so ein bisschen von sich aus an und dementsprechend kann man dann im Nachgang nochmal hier schauen, ob man da noch irgendwas dann manuell nachzieht. Reinheit, das können wir uns schenken. Hier die Lebendigkeit, da würde ich sagen, die können wir tatsächlich ein bisschen dazugeben. Farbtemperatur ein bisschen wieder ins Wärmere ziehen, das ist vielleicht ein Ticken zu viel Lebendigkeit gewesen. So, den Dunst, den werden wir ein bisschen runterziehen. Dadurch bekommen wir einen blaueren Himmel. Struktur geben wir hinzu, dadurch wirken die Steine jetzt etwas strukturreicher. Markierungsfarbton wiederherstellen, das ist für die Glanzlichter, das brauche ich jetzt nicht. Ich kann da mal drüber stehen bleiben. Es wird versucht, die Farbe in überbelichteten Glanzlichtern wiederherzustellen, wenn sie den Schieberegler für Glanzlichter verkleinern. Brauche ich jetzt in dem Fall nicht. Schwarz, Weiß, das können wir alles erstmal so stehen lassen. Tiefen, Lichter. Ja, an sich würde ich den Kontrast jetzt hier nicht ganz so niedrig ziehen. So eventuell und dann doch nochmal hier die Tiefen ein bisschen aufhellen. Vielleicht tatsächlich auch die Belichtung etwas anpassen. Ah, ist vielleicht sogar schon zu viel gewesen. So in etwa könnte man das Ganze erst einmal stehen lassen. Ja, dann können wir unten auch nochmal im Schärfen-Tool gucken. Sagen hier einfach, wir wollen das Ganze leicht nachschärfen. Haben wir jetzt hier quasi den Stil vorgefertigt. Dann können wir in die Effekte wechseln. Und nein, da ist ja schon der HDR-Filter. Und da wir ja hier noch gar nichts angepasst haben, können wir jetzt tatsächlich mal gucken, ob wir hier ins Surreale einfach mal umschalten. In das Glow. Glow gefällt mir weniger. Surreal da schon etwas besser. Subtil gefällt mir auch nicht so wirklich. Ja, Surreal haben wir jetzt hier drin. Und dann sagen wir einfach, okay, wir ziehen die Deckkraft von diesem Stil ein ganz klein bisschen runter. So bei 80% reicht das vollkommen aus. Und ja, dann könnte man tatsächlich hergehen und könnte einen weiteren Filter hier hinzufügen. Könnte mal gucken, was passiert, wenn man jetzt hier gelb anpasst. Aber das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Desert. Desert gefällt mir sogar noch einen Ticken besser. Und gucken wir mal, was hier passiert ist. Den Farbton. So. Immer wieder zurück. Die Sättigung wurde hier ein bisschen angepasst. Und dann hätten wir das Ganze hier auch. Wenn wir jetzt nochmal zurück in den Bibliotheksmodus wechseln. Muss mal kurz warten, bis er das Bild gespeichert hat. Und dann. Möchte ich dir nämlich noch zeigen, woran du erkennst, dass das hier ein HDR-Bild ist. Das sehen wir hier. Ich mache jetzt mal eine grüne Markierung hier dran. Und dann haben wir hier unten einmal die Bezeichnung von meinem Foto. Und danach haben wir hier den Zusatz HDR.onFoto. Also das ist ein On-Foto-Format, wo wir dieses HDR mit angepasst haben. Besteht aus diesem Bild, in diesem Bild und diesem Bild. Und das haben wir daraus gemacht. Können wir uns auch angucken, wenn wir hier ins Einzelbild wechseln. Hier ist das Bild wieder. Um das Ganze zu finalisieren, würde ich jetzt noch hergehen und über das Reparieren, beziehungsweise über das Klonen und Stempeln hier die Personen rausrechnen. Hier kann man übrigens sehr schön das Ghosting sehen. Diese Person hat den Kopf bewegt und das ist im Ghosting hängen geblieben. Auch hier sieht man das ganz gut, dass sich diese Personen bewegt haben. Man sieht hier, der gute Mensch hat auf der linken Seite drei Armen. Das ist dieses De-Ghosting. Das passiert halt, wenn diese drei Aufnahmen oder wenn sich innerhalb dieser drei Aufnahmen irgendetwas bewegt. Und das kann das Programm mehr oder weniger gut rausrechnen. Bei großen Bewegungen wird kein Programm der Welt das vernünftig auf die Kette kriegen. Bei kleinen Bewegungen sieht das Ganze schon etwas besser aus. Ja, ich bin am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast wieder einige nützliche Informationen rund um OnBond Photo 2021 für dich mitnehmen können. Wenn ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben dalassen würdest. Ist das jetzt das erste Video, was du dir von mir anschaust, würde ich mich natürlich auch riesig darüber freuen, wenn du den Kanal abonnierst und die Infoglocke aktivierst. Jedes Mal, wenn ich dann ein neues Video veröffentliche, bekommst du eine Information darüber. Bist du auf den Geschmack gekommen und möchtest auch mit OnBond Photo 2021 arbeiten, dann schau mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich dir einen Link hinterlegt, über den du das Programm beziehen kannst. Das Ganze ist ein Affiliate-Link. Das bedeutet, du musst nicht mehr für das Programm bezahlen. Ich bekomme aber eine kleine Provision von OnBond, wenn du über meinen Link dir das Programm zulegst. Auf diese Art und Weise kannst du mich und meine Arbeit hier auf dem Kanal ein klein wenig unterstützen. Ich sage Dankeschön, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, du guckst auch mal bei meinen anderen Videos vorbei und wünsch dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich im nächsten Video wieder begrüßen darf. Ciao!